hallo und herzlich willkommen bei vereinfache dein leben ich habe mir einen neuen tannenbaum gekauft und in diesem jahr sollte es ein künstlicher sein weil ich ganz einfach die nase voll hatte jedes jahr 60 bis 70 euro für einen neuen baum zu kaufen den man nach drei bis vier wochen wieder weg wirft und sich das auto dabei einsaut ernadelt und so weiß ich immer was ich habe dieser hier ist von der marke hallerts und das ist eine nordmantan beziehungsweise es soll eine nordmantan darstellen den habe ich zusammengebaut aus vier teilen der hat also stufen die man einfach wie ein schirm immer nur aufeinander steckt und dann drückt man einfach nur noch die ganzen zweige auseinander und schon ist der baum fertig das geht also ruck zuck ich habe ungefähr 35 minuten dafür gebraucht es ist nicht die welt finde ich und falls ihr den baum haben wollte ich habe ihn euch verlinkt unter diesem video und ja jetzt kann ich sagen es geht noch nur noch ans schmücken und ich wünsche euch eine schöne adventszeit und bis bald tschüss